hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von youtube ist live schön dass ich bin noch so und wir legen auch gleich so das video vom letzten was wir aufgenommen haben battle file fail 2 ist ja mal mega gut angekommen hier 84 dollar damit eingenommen das ist schon nicht schlecht und deshalb beschwiese ich direkt noch mal aufzunehmen nicht zu lange darauf warten und sonst kann ich ja dass ich einfach zu lang warten so einfach ist das ja danke maria wenn du magst kannst dich hier gemütlich machen und so so coole begrüßung hallo ihr da draußen zeit bevor das spiel startet kurzer kommentar hübsches spiel singender kommentar ladebildschirm da sollte ich vielleicht einen ersten kommentar da doch du hast eine einfache aufgabe bewältigt ja ich bin ja nicht schlecht irgendwas kleines ein lustiger kommentar hallo da draußen ernst zu spielen lernen wie man das spiel spielt ein professioneller kommentar spiel intro oh okay 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 hoffe ich geht der ja er lässt dazu und ein vierer und das ist der abschluss dann immer doch den abspann das sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus schneiden machen wir mal so den oberen hammer net das ist schon mal super machen wir das mal erstmal zum ende so gibt es da einen der da so perfekt hinein gehen würde der da so und dann hätten wir dann natürlich so einer schön das könnte man natürlich gucken dass man vielleicht ja vielleicht den hier nimmt oder den hier immer den da so dann sind die meisten übergänger oder wenn man den so so ist vielleicht besser genau da sind nämlich die letzten perfekt so dann mal titel wählen weicher fokus hintergrund ich hab wieder ist der computer kaputt was ist das für eine schrottmelodie ich da habe es gibt es ja nicht unglaublich ständig ist der hinüber kann ich nicht mehr so schlecht gar nicht mehr so schlecht hochladen also das ist der schlechteste pc den ich je hatte ständig ist der kaputt wer ist denn das jemand ruft an ich habe keine ahnung von wem du redest ja ich ahne ich weiß nicht wer das sein soll nico soft könnte man immer wieder hingehen gell zu so einer veranstaltung so bleibt die jetzt eigentlich hier oder wie ist das ich kann die gar nicht mehr wegschicken ich glaube die bleibt hier auch nicht schlecht oder schlafen ich glaube die wohnt jetzt hier dann kann sie ja ruhig mal wie sie miete zahlen so dann machen wir gleich den nächsten hier weil das ist das spiel kommt noch gut an solange das spieler ankommen power 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 gar nicht aufhören so fortsetzen nummer drei 1 million views der schwede wink mehr begrüßung machen wir mal was neues ausschnitt ja schade ist mir irgendwas nehmen noch kurzen kommentar super hätte ich lieber die vier neuen karten du hast einen kopfschutz blick interaktiver ladebüttchen wenn man den sarkasmus du hast einen easter egg von echt oh wie cool dann machen wir eine fröhliche äußerung ladebildschirm mit hinweis das spiel hängt sich auf oh das ist ärgerlich manche hat den fröhlichen schrei und das ist ein minus spiel intro ein lustiger kommentar bräuchten mehr fx abspann so wenigstens bei fünf mit schnitt sind wir dann bei genug auf jeden fall so der ist ja irgendwie kacke geworden nehmen wir mal den hier jetzt das wird ja das ende dann immer mal den hier rein nehmen wir mal den hier rein so und dann immer noch den da so es war nicht wunderschön aber es funktioniert titel dann brauchen wir das da den weichen fokus und das was dann auch schon so wenn dann los geht's neuer rekord 867 wow manchmal ist perfekt nicht besser scheinbar irgendwie so hochladen äh zeig mal vorher honeypicep hab ich doch klar ah ja ich wollte ja mal karten gucken ich nehme jetzt hier mal die wütende kritik mein gott zwölf wo soll ich die denn verwenden so schauen wir mal unser deck an wenn wir mich ja so unserem deck hier ähm nicht dahin so karten fürs intro intro mit logo cool begrüßungen winken begrüßung intro mit effekten das braucht leider neun machen wir mal intro id4 hier irgendwie genau so kartenübergang so wo sind denn hier unsere hier der kommt raus das ist so ein urheberrechtsverletzer die können wir nicht brauchen so okay schauen wir mal so also intro hammer kartenübergang ist eigentlich aktuell nicht so schlecht machen wir hier den wütenden kommentar vielleicht noch aber die brauchen halt so viel ne nehmen wir den hier noch rein dann haben wir hier 1,2,3,4,5 und dann haben wir die wütenden A noch rein so dann Hauptteil wir haben viel von dem nehmen wir die wütende kritik noch rein und die lustige kritik und am abspann da habe ich eigentlich lieber gern niedrige als hohe verabschiedung mit küsst nur ach das geht gar nicht mehr okay okay ja ne dann passt dann haben wir haben wir ja genug so ich gebe dir ein geschenk mal einen leidenschaftlichen kurs umarme sie rede über die Yacht und mach mal einen kurs so was ich auch mal gucken müsste was was steht eigentlich zurzeit an Spring Festival bin ich froh wenn ich die los bin die benutze die ganze Zeit mein Computer cosplay man and woman in black eigentlich nix besonderes die Z-Box hat ihre beste Zeit hinter sich und wird vom Markt genommen die Z-Box ist na hin ich glaube nur die Herschel bestimmt wenn ich die PSP kaufe bin mir sicher dass irgendwas kommt was ja das dann kommen keine Vorschläge mal für diese für diese für dieses tolle Gerät bin mir sicher bin mir absolut sicher die Wut bei uns oder die geht gar nicht mehr weg finde ich irgendwie cool so ich muss ein neues Video machen und das oh wow das ging aber schnell nach unten ja dann würde ich einfach spontan sagen neues Spiel oder jetzt schau ich mal kurz bei Konsolen hier 200 koste Honey PSP 600 koste Honey Play Studios sehr schön das Geld habe ich so amazing schau mal tribal Zyggdry Explorer aha generic Floristen hm schau mal die Spiele werden immer teurer oh schaut mal Endless Trailer Park alles so naja hier das können wir brüllen kostet halt 50 muss ich dann aber lohnen hier so kurz fortsetzen so lang tada da ist das Paket ich sollte schlafen nein ich sollte was essen spiel auswählen los geht's morgen mal ein preview und wir können auch mal gucken ob wir neue Hardware kaufen zum Beispiel eine neue Webcam wäre vielleicht mal nicht schlecht ne so wir haben ja jetzt neue Sachen intro mit Effekten aber wir sollen eher eins von den beiden nehmen dann nehmen wir die coole Begrüßung Ladebildschirm mit Hinweis ja sehr schön davon haben wir keins ähm das ist ja mit Urheberrecht scheiße dann nehme ich den sarkastischen Kommi Glück gehabt du hast eine Tracht Prügel bekommen sehr gut ich kann jetzt hier mal was Neues probieren nämlich die wütende Kritik ging ich ja mal Zusammenfassung des Spiels warum haben wir jetzt die ganze Zeit Sachen die wir nicht haben man könnte das natürlich so machen dass man von jedem eins hat ne das wäre eigentlich auch eine schöne Idee kurzer Kommentar dann nehmen wir doch den da den singenden Kommentar äh wütender Kommentar ähm hm hm nehmen wir den ernsten wollen wir es nicht übertreiben oh oh das war nicht so gut du hast eine einfache Aufgabe bewältigt sehr gut dann professioneller Kommentar so ein bisschen Theater noch und dann wäre die Aufnahme schön im Kasten ein lustiger Kommentar äh und Handlungswechsel beziehungsweise der Abspann wirkt eine Verabschiedung so na gut nehmen wir mal den rein ist schon wieder der Computer was ist das für ein Schrott PC das gibt's doch nicht der ist ständig kaputt das kann doch nicht normal sein hallo was ist das für ein Schrott Rechner so so machen wir das ähm also der weiße Fokus muss rein die Musik muss auf jeden Fall rein was machen wir noch ein bisschen mehr Schauspielern 10 haben wir noch dann nehmen wir den Kontrast so top yeah neuer Rekord das gibt's nicht der Rechner ist ständig hinüber das kann doch nicht normal sein so können wir den Kurs fortsetzen nervige Kritik aha okay lustige Begrüßung boah aber schaut mal hier die Werte sind mega guck mal kurz hier reingucken weil die Idee ist vielleicht gar nicht so schlecht wenn wir sagen okay ich schau dass wir beim Intro von jedem eins haben wisst man hier uns für eine Intro mit Effekten oder normales Intro ich find halt 9 ist zu viel 13 ist eigentlich ja zu viel so dann haben wir den und den dann brauchen wir noch das geht ja nicht ja dann nehmen wir ja das ist zu viel also 13 Hallo Intro mit Logo coole Begrüßung dann nehmen wir noch nehmen wir noch die tanzende Begrüßung das reicht so Übergang schauen wir mal was nehmen wir denn also auf jeden Fall brauchen wir den hier dann gibt es ja eh irgendwie nur einmal hier dann nehmen wir einen ernsten Kommentar den wütenden nehmen wir raus ich find den ein bisschen heftig vielleicht den kurzen lassen wir mal drin den sarkastischen lassen wir drin eins zwei drei dann nehmen wir den vier das nehmen wir eh raus weil das ja eh so ein komisches Ding ist du kannst diese Karte nicht hängen du musst die minimale Anzahl an Karten für diese Karte gefehlt ah ok 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 nimm mal das da oder das da nimm mal das da so Karten Hauptteil mhm den können wir nicht nehmen ein Zahnrädchen brauchen wir auf jeden Fall haben wir sogar schon ok das ist die minimale Kartenanzahl ok Zahnrädchen haben wir dann wäre es schön wenn wir noch ein Zahnrädchen hätten fachlicher Kommentar neben dem mal so würde ich es machen Karte Finale so würde ich zulassen gut so dann sollen wir weiter lernen Fassade sehr sogar da fehlt ja nicht mehr viel ich könnte wirklich vielleicht mir langsam überlegen ob ich umziehe man könnte es nicht überlegen könnte es nicht überlegen einkaufen wahrscheinlich könnte ich dann sogar einen zweiten PC kaufen möglicherweise kann ich die nicht steuern das wäre so schön willst du dich unterhalten nein so ich finde wir sollten es gibt schon wieder einen Computer guckt mal da also eine neue Webcam wäre schon cool was gibt es noch ein neues Mikrofon wäre auch nicht schlecht und ich würde gerne das neue Handy ausprobieren du hast nicht genug Geld was so schnell ging das Geld weg schlafen oh yeah die neue Webcam ist da und das neue Mikro so jetzt noch was essen machen neues Video von dem hier so Gameplay jetzt können wir gucken jetzt können wir hier immer noch nur niedrige Aufflösung hm keine Ahnung seltsam um die Ausgabe 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 stereo ach so wenn ich das hier mache dann ist wahrscheinlich schlechter wir haben wir haben noch extra eine neue Webcam gekauft das verstehe ich nicht wieso kann ich keine Aufnahmen machen ich muss die niedrige Auflösung für was habe ich eine neue Webcam gekauft wenn es nicht besser ist das verstehe ich nicht blöd damit muss ich klarkommen so tanzende Begrüßung Django Ausschnitt ein lustigen Kommentar jawohl normales Spiel äh wütende Kritiken könnte man ausprobieren wir probieren es aus so wow bam interaktiver Ladebildschirm da lassen wir doch den sarkastischen raus zack und episches Spiel ja dann nehmen wir den singenden Kommentar zack dann Ladebildschirm dann nehmen wir den ernsten Kommentar oh wir haben schon ganz schön Punkte raus kommen jetzt müssen wir sparsam bleiben gut so viel können wir gar nicht verwenden dann nehmen wir hier die lustige Kritik jetzt können wir noch ein 3 oder 2 heraushauen aber das Ende kriegen wir nicht hin ernster Kommentar wir können wir können sogar das Intro also das Ende machen das nehmen wir da zum Schluss noch schauspielerisch war das ja perfekte Ablage wow das könnte ein mega knüller werden so dann nehmen wir den da dann den da dann nehmen wir den hier vielleicht oder doch den hier und dann den da und dann den da das würde gehen das wäre perfekt das wäre echt brutal nehmen wir den weichen Fokus weil wir davon ziemlich wenig haben dann könnten wir Titel wählen Hintergrund oh wir können die beiden hier noch nehmen so boah das müsste das müsste 1000 reichen fast 1000 alter das war das war jetzt schon mega nice also das war jetzt schon da haben wir jetzt echt perfekt zusammengespielt und wir haben immer noch recht viele Punkte also der war jetzt echt nicht schlecht der war echt gut so das müsste ja ein mega Erfolg werden das Video so dann schließen wir unseren Kurs mal ab und eigentlich würde ich dann doch schon gerne mal umziehen mit ihr zack Kurs abgeschlossen Nachbearbeitung das war ja das was ich unbedingt haben wollte dass ich mehr Nachbearbeitung Skill kriege mein PC ist zurzeit in Verwendung oh neue Karten schau mal beläufige beiläufige Kritik nervige Kritik egal ein wütender Schrei Oh 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 Das wird ein Mega Hit Also das Video bewerbe ich jetzt für die Nintendo dies Ja die habe ich So dann dann machen wir doch ersetzen für 390 warum will er nicht ersetzen auch wenn er ständig kaputt ist Oh jetzt sinkt es Oh jetzt sinkt es aber schnell machen wir schnell noch ein Video davon Wie schnell das geht man holt eins raus und zack Wahnsinn Tanz die Begröße so fängt ein Spiel ein Video doch super an aber wir müssen sparsam bleiben ähm holen wir den hier und das Zahnrädchen mit elf ja genau nehmen wir den hier Oh das wird nicht so gut den hier das passt eh du hast eine einfache Aufgabe bewältigt ja die war echt nicht leicht dann machen wir den hier und das Skript wieder ein bisschen steigt so tut mir leid da fehlt leider ein bisschen was Schauen wir mal äh hmm oh je das war wirklich nicht gut da war mal zu müde für äh und schon wieder der Rechner kaputt unfassbar dieser Rechner ist ständig hinüber oh und ich hab das Gefühl ich kann den nicht reparieren wie soll ich den ersetzen wenn ich kein Geld kriege ja gut ich kann ja so arbeiten gehen interner Spieleentwickler oh nice aber schon teuer also man kriegt nicht viel raus oh 94 heute war das Geld das war richtig gutes Video und was haben wir hier oh je schreckliche Idee hm wenn du so müde bist ja scheiße hätte ich nicht machen dürfen naja Nintendo hat eine neue Konsole entwickelt die zieh hm die zieh verdammt verdammt einfach 390 um einen neuen Computer zu kaufen kein Problem arbeiten Eventbegleiter ja dann da muss er halt heute also jetzt mal ein paar Tage schuften ist halt so hier noch Zeitung äh Gärtnern gehst auch noch so nee nix schlafen Gärtnern Gärtnern auf geht's begrüßung mit Nachahmung so jetzt darfst du schlafen gehen ich würde mich jetzt schon gerne mit dir unterhalten aber ich kann nicht ich muss schlafen so jetzt muss ich auch noch ein neues Video machen der Liebe her nur von was die sind ja alle schrecklich kann man ja nicht mehr spielen ich könnte mal wieder was altes spielen hier das hier so einfach just wovon der guten Zeiten alten willen so eine tanzende begrüßung hallo Ladebildchen oder muss ich den Philosophen raus hängen lassen und dann den fachlichen Kommentar ach du Scheiße das geballert ja Punkte und was haben wir hier den sarkastischen sehr schön fünf Punkte haben wir noch zu vergeben ja jetzt brauchen wir irgendwas mit eins aber das werden wir nicht kriegen so da ist das Video schon zu Ende äh oh das ist aber nicht schlecht den da hin dann machen wir den hier den da und dann den da das ist eigentlich es ist okay nur noch Farbe weichen Fokus Musik das und das das ist dann gar nicht mal gar nicht mal so schlecht glaube ich ja das ist eigentlich okay der schöne PC der explodiert bald so arbeiten gehen praktikant von ich brauche Geld für neuen Rechner so ist das arbeiten gleich Auto waschen gehen zack los geht's ist nicht mehr interessant ja ich weiß aber ich wollte halt mal einen Klassiker raushauen guck mal das ist ja das war glaube ich keine gute Idee nein so noch was essen was kann ich denn essen hier Limonade so ich kann mir einen neuen Rechner kaufen anders geht das jetzt nicht oh bitte habe ich jetzt nicht den Rechner hier ersetzt für 390 hätte ich doch einen neuen PC kaufen können so ein Dreck so arbeiten gehen sowas blödes naja so ist das halt er soll dann gleich nochmal arbeiten gehen hier so zack ich rede mit meiner Freundin nicht mehr weil ich vor lauter Arbeit keine Zeit mehr habe für sie ich muss sie ich muss sie mindestens umarmen mal kurz und kurz mit ihr reden wenn ich nur ganz kurz so schlafen die habe ich ja bezahlt ne ja passt so neues gaming video ja also das war ein flop kann man nicht machen wie schnell diese spiele out werden ich mache drei videos darüber und dann will sie keiner mehr sehen fasziniert oh ich bin hungrig ob die das sehen wenn du hungrig bist solltest du keine videos machen so so um wir sparsam zu sein Hauptmenü kurzer kommentar normales spiel wütende kritik oh das hat das hat energie kostet aber der ist schon gut die karte ist schon gut lustiger kommentar du hast ein achievement bekommen oh das ist schön feierlicher schrei yeah I'm happy so ja schade das war schon das video und den da und den da so titel mancher fokus kontrast blende farbe rendern so und trotzdem 842 ist nicht schlecht so liebe leute wir sind auch am ende dieses videos schon wieder ja das ist ja der wahnsinn das geht immer so ratzfatz er will ihr spiel für nintendo dies ja hb net verstehst du nicht müssen mal gucken was kriege ich sagen kohle habe ich jetzt gar nicht gesehen wahrscheinlich gar nicht mal so wenig so eisen muss ich einkaufen geht ja nicht ich kann ja jetzt kein essen kaufen weil der pc ja nicht gilt da muss ich halt nur brot essen also liebe leute bis zum nächsten ich bin euch und sage tschüss mit öl